Moin, in dieser Folge von Wortguide geht es um den Begriff Omnipotent. Mindguides 1. Die Bedeutung Als Omnipotent wird etwas Allmächtiges bezeichnet, also jemand der die komplette Gewalt über Dinge oder Personen hat. Zum Beispiel in der Religion wird Gott als der Schöpfer der Welt gesehen und ist somit allmächtig, also Omnipotent. 2. Die Herkunft Der Ursprung liegt im lateinischen Wort Omnipotenz. Omni bedeutet ganz alles und Potenz können.